I'm feeling sexy and free! Äh, nein, ich erwarte niemanden. Hallo. Ich hab nein gesagt. Das ist mir herzlichst egal. Das merke ich. Ich gesell mich mal zu dir. Muss das jetzt sein? Hier lässt es sich aushalten. Ja. Und was bedeutet das jetzt, dass du hier bist? Was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich mich mal kurz abmelde für ein paar Tage, ja? Ich auch. Dafür bin ich umso mehr am Start. Ja, aktuell wären wir nach Karotten mit Schokomousse. Das ist widerlich. Du bist widerlich. Ich leg dann schon mal den Turbo ein für die nächsten Tage. Ich vermisse unseren Ex. Äh, ich gesell mich mal zu euch, ja? Ich auch und ich hätte gerne einen Platz in der ersten Reihe. Was ist denn das für ein Chaos, was du hier anrichtest? Tja, Chaos ist mein Nachname. Von daher. Tja, das heißt, deine rote Cousine kommt in ein paar Tagen und ich kann wieder all meine Pläne für die nächsten Tage canceln. Du kannst dich ja stattdessen zu mir gesellen. Denk mich mal im Traum dran. Ich hab besser Pläne. Tja, das ist ja.